Der 1. FC Köln besiegt zu Hause Borussia Dortmund und Dortmund lässt wieder Punkte liegen und haben eigentlich selber Schuld, dass sie nie um die Meisterschaft komplett mitkämpfen können. Gut, war jetzt ein Spiel, aber trotzdem wieder bittere Punkte, die es Dortmund gekostet hat. Die Kölner haben sehr bestrebt heute angefangen, bloß die Dortmunder haben es am Anfang einfach besser gemacht, sind auch in Führung gegangen durch Julian Brandt und war zu dem Zeitpunkt auch sehr verdient. Wenn ich mir hier mal die Schussstatistik ansehe, es ist so gut wie gleich, der Ballbesitz ist minimal pro Dortmund, allerdings haben die Kölner sich nicht aufgegeben, haben nach dem Rückstand, nach der Pause super reagiert und mit Keinz und Tiggels in der 53. und in der 56. das Spiel gedreht und Dortmund, ja, die wussten, dass man gar nicht was Sache war. Ja, jetzt liegen wir hinten, was machen wir jetzt? Genauso haben sie auch gespielt und Lubitsch in der 71. Minute mit einem super Fernschuss, wo ich mich frage, wieso wird der nicht attackiert von den Dortmunder Verteidigern? Dann haben sie selber Schuld, dass sie das 3 zu 1 kassieren. Schmitz mit dem Eigentor der Kölner hat es dann nochmal ein bisschen spannend gemacht, aber haben das am Ende souverän wegverteidigt, hätten vielleicht sogar noch mit 4 zu 2 gewinnen können, den Kontern. Aber ich glaube, das ist Köln herzlich egal und Steffen Warumgart ist froh, dass sie die 3 Punkte haben und Köln bleibt auch oben dran. Also ich kann nur sagen, die Liga dieses Jahr ist ausgeglichen wie lange nicht mehr und deswegen hoffe ich, dass das lange so bleibt und Dortmund, die werden sich wieder einiges anhören müssen vor der Partie gegen den FC Bayern. Wie fandet Liederspiel, schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, wir hören uns beim nächsten Video und ciao. Wie fandet Liederspiel, schreibt es mir in die Kommentare.